income klatschen Planner Lorenzo war zu Glanov Manfred Eine Diskussion im Eckstübchen, glaubst du mir nicht. Dann hat der gesagt, die verlieren. Dann habe ich gesagt, nein, die gewinnen. Und wie schon zu oft, haben wir uns dann wieder auf den Mainus geeinigt. Weil ich schon musste dir angucken, leg mich am Arsch. Hast du das so gesehen? Jetzt 12, gell? 2. Nein, schritten, 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 schritten. Komm, geh fort. Muschle, hei, 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 hei. Das sind alles Doppenschwetter. Jetzt noch mal zu dem Tipp. Also ich sage, die gewinnen 2.1. Wer? Bitte? Wer? Ja. Einen Kastler. Doch, ich bin der Reihe SCB-Heinz da. Und Turmobedag da. Bin zu bald abend da dabei. Ich hoffe, ihr kommt. Zwei abend. Ja. Das müssen wir machen. Aber man kann irgendwie machen, wie man machen kann. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt da gewinnen. Zwei abends. Und ich hoffe, dass Kotschung sich nicht so aufregt. Und dass er mich wieder so traurig angezogen ist. So. Also dann. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020